Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Drei Jahre Französisch und trotzdem muss ich mich des Landes und meiner Sprache schämen. Hi. Hi. Französisch langweilt so krass und Franzosen erst. Selbstsüchtige, arrogante Baguette-Fresser. Schätze, du würdest dich mit meiner Mutter nicht so gut verstehen. Nein? Sie ist Französin. Frankreich-Austausch? Wenn du glaubst, dass ich mich mit 20 Chanson-trellernden Pseudo-Hippies in einen Bus setze, vergiss es. Oh, Chanson-Easy, badab-bala. Oh, Chanson-Easy, badab-bala. Showtime! Charlotte. Sebastian. Was hat er gesagt? Er ist einen Austauschpartner. Bei ihm wohnst du die nächsten zwei Wochen. Bienvenue. La salle de bain est là. Was? Willkommen am Arsch der Welt. Bonjour. Ich bin wegen Valerie. Mädchen sind so in dem Alter. Valerie nicht. Was ist denn mit dieser Französin? Charlotte? Ja. Die macht einen erfahrenen Eindruck. Vielleicht bringen sie ihn ja französisch bei. Läuft da was zwischen dir und Charlotte? Nein. In meinem Blutwerfen Der Brake. Läuft da mal bei mir ein. Na breakfast. Bakby! Der Brake. Dann bin ich direkt auf dich. Dann vienen wir noch ein. Sie lomenst dzi. Die mieć liegt? Involved.